Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 1942 mit dem Niklas. Guten Tag. Ja, heute ein bisschen neues Projekt mal. Bist du Alliierte oder Achsen? Ich bin Achsen. Ich habe ihn gesehen, dass du mein Geist hast. Oh ja, können wir uns rapen. Aber ich finde die Steuerung von den Jeeps und allem so geil. So, aufsteigen. Aber weißt du, was ich habe? Ich habe ein Flugzeug. Und das hat Bomben. Okay, abheben. Welche Maps spielen wir jetzt gerade? Ah, Invasion der Philippinen, ne? Das habe ich schon wieder vergessen. Ähm, da ist eine Wand. Ähm, okay, das Boot. Gehört es, glaube ich, zu uns oder gehört niemandem? Ach, fliegen ist schön im Flugzeug. Ähm, okay, hier ist keiner. Wow! Fuck. Ähm, wäre ich fast draufgegangen mal wieder. Auf welcher Insel bist du denn? Weiß ich war nicht. Ja, ich wurde gerade getötet. Ich sehe, ähm, uns gehören alle Stützpunkte. Sehe ich da richtig? Äh, ich wurde gerade getötet. Ja, sie ist aber trotzdem auf deiner Map. Ähm, wo bist du denn? Äh, ich fliege hier mit dem Flieger. Und finde hier niemanden. Mach aber geil Flux den. Oh Gott, mein Name, nein! Okay, meine Maus ging. Mein Name. Warte mal, du hast ein Schiff. Ich. Kann ich bomben. Okay. Ich glaube, da haben wir ein Schiff von euch. Ne, das ist unser Schiff. Alter, wie man hier mit der Map spielen muss. Ey, das ist unglaublich. Oh, scheiße. Das Schiff gehört euch. Oh Gott, oh Gott, okay. Ich darf mich für diese, ähm, komischen, etwas... Komischen Flugmanöver, entschuldigung, meine Maus spackt gerade um. Derbe wieder mal. Und danke, ich weiß, ich kann nicht so gut fliegen wie, ähm, Moritz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Äh, ne, ich glaube, das musste zünden, irgendwie. Keine Ahnung, wie. Ah, da ist nicht ein Wingen. Genauso gut wie ich. Null, null. Ah, da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Loll. Das ist keiner aus dem Stein. Ne, das ist ein Wrack. Fuck, Alter. Fuck. Da war... Da war ne Wand. Ja, die hab ich nicht gesehen. Wo bist denn denn? Hier grad so ungefähr. Auf der Map. Ja, das ist, da sind viele Inseln. Welche? Auf einer Hauptinsel. Okay, bist du eher in der Mitte der Karte oder weiter links oder rechts? Nimm mich weit außen. Okay. Lass uns spawnen mal hier, Leute. Das heißt, wenn ihr jetzt dann den gleich weg. Hoffentlich. Gucken wir mal. Ob ich den Spawn-Ort richtig gewählt hab. Ich seh grad, eure Tickets gehen grad flöten. Wir mobben euch weg. Das ist dumm, Alter. Ähm, fasst du da grad mit dem Boot herum? Junge. Was? Fasst du da grad mit dem Boot herum mit dem Fetten? Alter. Scheiße, ich hab hier gewischt. Nein. Ja, aber ich hab hier gewischt. Ah, ha. Wow. Wow. Warte, das ist er doch, ja? So. Ähm. Ich weiß gar nicht, wie kniet man in dem Spiel? Keine Ahnung. Uff. Ähm, X? Ne. Ist das? Ne, auch nicht. Steuerung. Ah, Steuerung. Du kniest auf Steuerung, gell? Okay. Wie macht man vorne die Klappe von einem Schiff oder so? Hab ich selber keine Ahnung. Bin ich selber vorhin gesteckt. Ja, wir hatten nämlich schon eine Voraufnahme, vor dieser Aufnahme. Da ist aber dann, äh, Niklas aus der, aus dem Server geflogen. Und, äh, wir mussten neu starten, weil, dann wollte er wieder auf dem gleichen Server spawnen, ist aber auf einem anderen gekommen, auf einen anderen gekommen. Ähm, das Ganze war ein ziemliches Durcheinander, würde ich sagen, oder? Wie siehst du das? Ja, das hat sich noch ein bisschen durchgeführt. Weißt du was? Ich komme euch jetzt mal entgegen mit einem kleinen Boot. Boat! Alter. Alter, diese Dinger schauen voll geil aus. Boat fahren. Wo bist du jetzt auf der Map? Irgendwo auf einer kleinen Insel. Alter, willst du mich verarschen? Ich bin gerade echt auf Grund gelaufen. Fuck. Ah, ich bin wieder auf Land. Äh, was? Äh, du... Doll. Habt ihr gerade ernsthaft eine, eine unserer Flaggen eingenommen? Entschuldigung. Bist du gerade auf dem Flugfeld? Nein. Aha. Aha. So, komm, Tickerbültchen. Ich glaube, ich muss ja links. Ja, ich muss ja links. Das war ein großes Bündchen von den Japanern, aber das interessiert mich an Bullshit, weil ich bin ein kleines Bündchen. Wow! Alter, hör auf auf mich zu schießen, du spaßt. Ich bring mich in die richtige Position. Nein, nicht die Fahrer. Wie wechselt man hier? Ah, ja. Ja. Doll. Okay, ich treffe hier nichts. Doll. Ich töte gerade euer Bündchen, euer großes. Alter. Kann ich nicht mehr sterben? Na, endlich. So. Hier. Ähm, eins. Ja, hier, ähm, hier ist überall Teamkill an, weil, ähm, das geht halt, das ist, deshalb finde ich das Spiel eben so cool, weil es eigentlich ziemlich realistisch ist. Aber man, ich finde auch geil, ähm, dass, wenn man hier Boot fährt, dann legt er die Hebel so um. So saugeil. Das ist so cool. Alter, dieser Needs-Let's-Player ist aber ein ziemlicher Noob, weil er jetzt schon, jetzt ist er dreimal gestorben, glaube ich, und jetzt hat er Verbindung unterbrochen, ey. So ein Noob. Nein, ja, gut, habe ich ihn getötet. Alter, ich bin saugut. Ich rocke hier. Ich mobbe eure Leute. Ähm, wo bist du, wenn man fragen darf? Niklas? Niklas? Okay. Fahrt der zufällig auf dem Bündchen? Wenn ja, dann hör auf, auf mich zu schießen. Nö. Hoffe ich mal nicht. Ach so, da ist keiner. Lol. Da gibt's ein... Nein! Das wollte ich doch gar nicht. Ach, übrigens, ähm, du änderst deine Plätze im Fahrt, in einem Fahrzeug auf, ähm, eins und zwei. Nur, dass das das wahr ist. Alter, da hat einer eine Ping von... Lol. Auf mich wird geschossen. So, passt so ein Noob. Hedgehog Noob. Alter, echt, der war, der war jetzt wirklich schlecht. Und ich bin ein Noob. Komm, ich nehm' mir doch mal ein Bündchen. Nein, lass mich nicht mehr ein Bündchen. Fuck, Alter. Willst du mir sagen, ich kann da jetzt nicht mehr rein? Alter. Alter Vater. Komm. Ja! Komm, tucker. Das tuckert so cool. Das Boot. Ich muss nur gucken, dass ich die Aufnahme unter einer Viertelstunde halte. Aber wie lange zocken wir jetzt? Fünf Minuten? Niklas. Okay, dann machen wir jetzt noch. Ähm. Ja, dann lass ich den Part jetzt mal in sieben Minuten dann ändern. Ändern. Huch. Ne, nicht zwölf Minuten, sondern sechst. Ja, passt. Ähm. Wo guckst du grad auf der Map rum? Alter, dieser Robber, der macht bei euch ja nur Teamkills, ey. Kommt mir das so vor, oder stimmt das? Ne, ich verbot. Die ganze Zeit schon. Ach so, wenn die roten Typen auf den nächsten drei Leute sind? Ja. Auf die solltest du nicht schießen. Die Gegner sind blau, das sind wir. Die Alliierten! Komm, geh runter. Loll. Hab ich jetzt immer auf mein eigenes Ziel verlieben. Oh fuck. Fuck. Da kommt einer von euch mit nem Panzer. Fuck, Alter. Höh! Es kommt da! Nein! Er hat mich weggeschossen. Fuck. Wichser. Hey, ich bin mal positiv. Ne, bin ich nicht. Doch, ich bin positiv. Okay. Positiv oder negativ, das ist hier die Frage. Ja, hast du recht. Ich find's geil, wenn die eh sich keine Namen geben in dem Spiel. Dann laufen die so rum als, hallo, ich bin Spieler. Äh, ja, klar. Ich war dann auf dem Server, haben so viele keine Namen gehabt. Äh, da sind schon, ich glaub da war Spieler 62. Das waren so viele. So, jetzt, jetzt kann ich mal mit nem dicken Flugzeug dich besuchen. Wo bist du denn? Niklas? Irgendwo. Ist auch wo. Ähm, der gehört uns. Das soll ich mal nicht reinbomben. Alter, wir müssen unbedingt mal jemanden noch dazu bringen, ähm, das noch mit uns zu zocken. Weil eigentlich ist das Spiel ja ziemlich witzig. Da kam ein Bomber. Ähm, ne, das war unsere kleine Maschine. Ich bin der Bomber. Und ich hab sicher niemanden getötet. Lol, das ist ein Japanischer. Chat. Fuck. Ach, ne, wo war mein Team? Fuck. Lol, ich sah nem, ich sah nem Jeep von euch und hab nicht, hab nicht schießen können. Alter, wie nangsam leidend der Scheißner. Lol. Äh, wenn du fliegst, ist Leertaste auch noch, äh, schießen. Na. Was ist das? Auf, um mich zu schießen. Hast du grad auf den Jet geschossen? Fuck! Ich bin gegen ne Mauer geflungen. Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Irgendwo in einem Bunker. Nee, ich hab nicht so geflungen. Ich bin auch wieder negativ jetzt. Negativ. Okay, ne, sowas darf ich ja nicht sagen. Da kommt dann, ähm, hier YouTube und wettelt mit dem Finger. Fuck, man, ich bin auf Bunker. Oh ja, ist mir auch gefallen, passiert. Aber ich hab mich wieder retten können. Mit Skill. Jetzt haben wir wieder das kleine Flugzeug. Das ist nämlich besser. Das kann mehr. Also ist wendiger, find ich. Flieg, Flugzeug, flieg! Äh, nicht den Abgrund, bitte. Danke. So, und jetzt. Oh Gott, meine Maus. Ja, man muss in diesem Spiel noch mit Maus steuern. Nicht so. Aber in Battlefield 2 war das. Da musst du es damit, ähm, äh, ne? Hier. Joystick. Da hast du den Joystick anschließen müssen und hast du mit Joystick, äh, Flieger steuern müssen. War irgendwie geil. Aber irgendwie dann auch nervig, man. Uuuuuh! Fuck! Fuck! Hast du gesehen, wie ich abgestürzt bin? Ihr seid mehr als wir. Was? Was ist von euch in die Luft geflogen? Alter, wir haben zwei, ähm, Spiele. Ich hab noch zwei andere Spiele im Team. Und weißt du, was sie machen? Die fahren jetzt in einem Jeep herum. Du willst mich doch verarschen, oder? Und machen gar nichts. Also zumindest wenig. Ja, also, nächstes Mal müssen wir gucken, dass wir einen, ähm, ich sag jetzt mal voller Rennserver, aber da werden wir natürlich nichts reißen. Das ist natürlich klar. Alter, ich sollte mein Jeep nicht immer vor mein Auto packen. Könnte vorteilhaft sein. Nein, nicht mein Flugzeug kaputt machen. Nein, nicht Jeep. Nein. Ich will nicht den Jeep. Ich will da rein. So, und jetzt weiß ich nämlich ganz genau, wo du bist. Und jetzt gibt's Bombenalarm für dich.